Willkommen zurück bei... Die neuen Initiaten machen sich gut, eifrig, motiviert und keine Angst, sich die Hände nass zu machen. Ob der Tag jemals kommen wird, an dem die Bewohner von Himmelsrand unsere Dienste nicht mehr benötigen? Ich sag erstmal Willkommen zurück. Ja, wie gesagt, das ist immer dasselbe. Immer wieder... Ich weiß jetzt echt grad nicht... Das ging hier irgendwie nicht. Tja, was machen wir? Ich nicht. Was machen wir jetzt? Ich versuche nochmal, ob ich den Typ dazu bringen kann, dass er... Da hat die Säune da berührt. Wo war das? Wartet mal. So... Ich probier's einfach nochmal... Wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Okay, sind Feinde in der Nähe mal wieder. Aber wo... Was ist denn das für'n Lager hier? Hallo? Im Namen des Jahres... Buch? Keine Bewegung! Das ist ja doof. Das ist ja wohl schon mal wieder weg. Eie... Wieso stand denn in der Statistik nicht, dass wir hier... Wartet mal! Das muss doch hier drin stehen. Ach... Aber wir sind doch... Wo sind wir? In Dämmerstern... In Dämmerstern haben wir kein Kopfgeld. Auf jeden Fall nicht laut unserer Statistik hier. Kopfgeld in Weech, in Pahle und in Yalmarsch. Also irgendwie... Hier haben wir gar kein Kopfgeld. Das ist ja auch schön. Das ist ja toll. Mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Dann schauen wir mal, ob wir von hier aus schnell wegreißen können oder ob der Typ wieder auftaucht. Ach, wie geht's? Na, du Pferd! Na, du Pferd! Ich weiß nicht, mit Kutschen wird das raue Gelände wohl nicht mehr so leicht zu durchqueren sein. Eins trachten die Trasse. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Wo ist er denn? Da kommt er? Wenn es wie er nicht geht, dann... Ja... Weiß ich auch nicht. Hä? Ach du Scheiße! Warte mal... Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schrei... Haben wir getroffen? Wir haben ihn getroffen! Wir haben ihn getroffen! Wir werden hier mit Teilen! Acht! Wo landet der denn? Wo? Gut. Hier ist niemand. Gut. Dann kommen wir her. Wo landet der? Irgendwo dahinten. Das ist ja doof. Hier ist niemand. Ich tue, was ihr befehlt. Sagt mir nur, was es ist. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Es wird erledigt. Ja, macht er nämlich nicht. Es wird erledigt. Das macht er. Oh, da kommt die Drache zurück. Dann benutzen wir jetzt mal einen anderen Schrei. Und zwar... Moment, wo ist er? Das ist alles? Was? Haben wir mich getroffen? Ich werde euch brennen sehen. Das Problem ist, wir können nur noch nicht schon landen zwingen, weil der irgendwo landet so schnell nicht hinkommt. ist das nicht ? Ich werde euch nicht mehr von woanders gehen! Ich werde euch nicht mehr von woanders gehen. Zack. Das Problem ist, wir treffen ihn da überhaupt nicht. Alter! Beruhig dich mal, Drache! Na, Drache, hast du es schon dazu voll? Jo, das war's. Das erste. Der kommt bestimmt wieder. Ja, Zuhörer? Sag mir nur, was es ist. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Es wird erledigt. Ja. Dann mach doch auf. Es wird erledigt. Es wird erledigt. So, wir stellen uns hier hin, oder? Es wird erledigt. Warum geht das nicht? Es wird erledigt. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Ja, dann mach das doch auch. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Was immer ihr braucht, Zuhörer. benutze. Es wird erledigt. 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 Das kannst du nicht machen. Es tut mir leid, Zuhörer. Das ist nicht möglich. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Ja, und das macht er jetzt gar nicht. Es wird erledigt. Ja, und das wird es nicht möglich. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Es selber kann sie nicht benutzen. Das macht Sinn. Aber warum...? Ja, Zuhörer. Sag mir nur, was es ist. Ja, wie oft denn noch... Du sollst das... Ah! Ah, halt die Schnauze. Warum geht das denn nicht? Mann. Ja, dann... Du sollst nicht folgen. Was ist der? Du sollst... Das hier? So, wir stehen hier, wenn ich das richtig sehe. Und du? Sollst... Steh uns doch nicht im Weg. Es wird erledigt. Ja, das macht er nicht. Warum? Warum? Es wird erledigt. Es geht nicht. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Hm. Ist doch doof. Wenn ihr Boethias Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr einen Sklaven auf ihrem Schrein töten. Ja, und das geht nicht. Ein Wort oder ein Dolch. Zum richtigen Zeitpunkt. Das gibt es doch gar nicht. Kommt doch mal her. Wo bist du? Ja. Wie kann ich euch dienen, Zuhörer? Sagt mir nur, was es ist. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Es wird erledigt. Ja. Dann macht doch auch. Es wird erledigt. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Doof. Es wird erledigt. Das macht er, ja? Ja. Aber... Es wird erledigt. Das tut er nicht. Es wird erledigt. Jetzt ist halt nur die Frage, warum nicht? Können wir den nicht opfern, oder was? Ich verstehe es nicht. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Ich verstehe es nicht. Es wird erledigt. Dann geh ins Feuer und stirb. Macht er aber nicht. Es wird erledigt. Äh, der... Stell dich mal... Stell dich da hin. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Er macht es nicht. Mann. Ist das alles? Ja, du... Du Beklopster! Ich tue, was ihr befehlt. Sagt mir nur, was es ist. Was immer ihr braucht, Zuhörer. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Es wird erledigt. Das... Ich verstehe es nicht. Ist das alles? Ich verstehe es einfach nicht. Was mache ich denn falsch? Oh, geht das wirklich mit bestimmten Leuten hier? Ist doch doof. Alles doof. Na ja, was soll's. Ich geh mal kurz hier rein. Obwohl, ne, das war das Falsche. Wollte ich gar nicht rein. Stopp. Du bist doof. Du bist doof. Du tust nicht das, was man dir sagt. Du tust nicht das, was man dir sagt. Du tust nicht das, was man dir sagt. Sonst probiere ich das wirklich mit Wilkas mal aus. Na ja. Freunde, ich bin zu dem Part. Ich glaube, wir haben uns eingesammelt. Ich bin dem Part für heute hier und hoffe, wir sehen uns dann im 200. Part wieder. Wenn mir nicht erzählt hat, müsste das passen. Ich sage bis dann und ciao.